Die nächsten Schritte deines Widersachers vorauszuahnen. Jetzt ist sie unser Feind. Und Gegenstrategien zu entwickeln. Wie in aller Welt hat sie das hingekriegt? Du bist so abgebrüht, Sloane. Ich bin angetreten, um zu gewinnen. Und ich werde jedes mir zur Verfügung stehende Mittel einsetzen. Du willst dich mit der Waffenlobby anlegen? Wir sind über 5 Millionen. Und wir sind bewaffnet. Malten Sie eine Untersuchung ein. Sie landen wegen Missachtung des Kongresses im Gefängnis. Um zu gewinnen, treibt man seine Gegner vor sich her. Wir müssen sie persönlich demontieren. Sie kennen das Wort annihilieren? Es bedeutet vollständige Zerstörung. Das hier ist wichtiger als meine Karriere. Sie ist unberechenbar. Du gehst zu weit. Genial. Verwandten und abhören. Und absolut einzigartig. Es bedeutet, sie zu überraschen. Und sich nicht überraschen zu lassen. Ich bin ein. Das hier ist ein. Ich bin ein. Bis zum nächsten Mal.